Mit Fendungen umgehen. Fendungen sicher abwehren. Wenn in der Zwangsvollstreckung Fendungen angesetzt worden sind, werden die meisten Schuldner im Umgang mit den Vollzugspersonen immer wieder überrascht. Ihnen fehlen einfach die Kenntnisse. Also begehen Sie Fehler, die vermeidbar wären, würden sich die Betroffenen im Fendungssystem auskennen, denn mit dem richtigen Insiderwissen kann jedermann bei Vollstreckungsmaßnahmen die richtigen Abwehrmaßnahmen anwenden und den Kopf aus der Vollstreckungsschlinge ziehen. In meinem Ratgeber, wie man mit Fendungen umgeht, zeige ich Ihnen die entsprechenden legalen, rechtlichen und juristischen Möglichkeiten, die Sie ausschöpfen können, um sich die Fendungsangriffe zu wehren. Nur wenn Sie das System kennen und verstehen, wird Ihnen das wirtschaftliche und finanzielle Fell nicht mehr über die Ohren gezogen. Zu dieser aktuellen gebundenen Ausgabe gehören als Beilage auf einer kostenlosen CD-ROM anpassbarer Schriftverkehr und weiterführende Informationen, bezogen auf den Inhalt dieser Publikation. Beim günstigeren Download sind im Paketset sämtliche Unterlagen von der CD-ROM ebenfalls kostenlos enthalten. Nutzen Sie das kostenlose Informationsmaterial auf dieser Webseite. Vielen Dank für Ihr Interesse. Bleiben Sie entspannt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017